Klaus 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 Er ist die Karte, dann kommt mein Erster. Sieht ja, run the sun so sperrt's, rot zu viel. Ich denke es noch, ich habe eine schöne Wildspeise hier vom Bodo. So eine Nummer aus Deutschland. Es gibt auch eine Österreich-Version, So, unser Chicolo, unser Meta. Jetzt muss man eigentlich immer lesen, was am Platze innen steht, gell? Lieb, schön. Ja, dann warten wir gleich wieder, gell? Hier sind wir zusammen, die haben wieder innen steht. Jetzt erzähl ich mal, ich komm mal so weg. Ich muss ehrlich sagen, ich war das zweite Mal beim Bodo. Ich muss ehrlich sagen, so was von eine lässige, gute Stimmung. So was von netten Leuten, ohne übertrieben, ohne Nase hoch. Eine geile, super Stimmung, ich werde immer wieder kommen. Aber das ist wirklich schön. Wir haben Freunde hier aus Düsseldorf und überall, die sind alle begeistert. Ich muss sagen, wenn wir dann wieder hingehen zum Bodo. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch oder Ihnen gefallen. Hier auf der Wiesn ist jetzt auch Schluss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.